Hallihallöchen meine leuten von heute und jetzt geht's los. Erstmal mit meinem Vorwort. Hintergrund sieht man ein schönes kleines Bildchen. Jo, ist halt so, sind die Gegebenheiten und noch etwas schönes zum Abschluss, das werdet ihr jetzt sehen. Okay, Leute, wir machen heute unser 1000 Klicks Special-Dingens-Gedöns. Slenderman. Wir haben es gerade eben schon mal gespielt, aber die Aufnahme ist nicht so gut geworden. Deswegen machen wir es jetzt nochmal und wir hoffen, die Spannung ist genauso wie davor. Ich bin immer noch ein bisschen angespannt und ich muss auf Klo. Aber egal, YOLO. Wir haben es so ungefähr halb eins. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Wir sitzen vor Gordon seinem PC. Ich habe eine Idee, wir machen einfach mal hier aus, die er noch am PC steht. Wir haben es einzeln und jetzt ist keine Lampe mehr an. Es ist ziemlich dunkel gerade und Leonhard hat ziemlich Panik in Tastatur. Ich sehe es in seinem Gesichtszügen. Guten Abend, liebe Freunde. Mit dabei heute sind Joanie Boney, Geronimo und Twormen. Also Jonas, Gordon und Gordon. Äh, laufen wir gleich los. Genau, fangen wir an zu laufen, sonst kommt der Typ noch. Und vielleicht nicht sprinten. Sprinten geht mit Fift. Hm. Also Taschenlampe an, aus. Dann zoomen geht doch irgendwie. Woah. Ach du Scheiße. Ich habe was gesehen da vorne. Das Kamera nochmal ran. Und dann rechts. Rechts. Okay, war nichts. Das war jetzt nicht lustig. Das wusste ich auch nicht mehr. Stand vor allem in den Controls drin. Ne, ich dachte, da wäre ein Blatt oder so, weil da war irgendwas weißes. Blattfilmmiges. Also nochmal zu den Einstellungen. Wir haben den Nebel an und wir haben alles auf höchster Grafikeinstellung. Und wir haben rausgefunden, dass es verschiedene Modus gibt. Aber die anderen sind alle Fragezeichenmodus. Naja, egal. Okay. Wollt ihr noch was erzählen? Also das hat mal funktioniert. Irgendwas organisatorisches. Ja, vorhin hatten wir die Probleme, dass der Cursor angezeigt wurde, was extrem scheiße war. Weil alles ist duster und dann ist da in der Mitte so ein Cursor. Finde ich scheiße. Und jetzt müsste er schlecht sein. Das ist aber schlecht. Also ich sehe nichts mehr. Ja, jetzt suchen wir. Dann machen wir Taschenlampe aus. Dann gehen wir einfach da lang. Dann machen wir einfach da lang. Ja. Ja. Wieder ein sehr schöner Himmel. Oh, es ist bewölkt draußen. Also. Gut. Dann müssen wir mal gucken. Beim ersten Versuch hatten wir gleich zu Anfang eine Seite. Wenn ich mich recht... Ja, da haben wir das wieder gehabt. Genau an dem Stein. Ich glaube, da kommen die Steine. Und dahinter waren denn die Gasttanks. Da hatten wir aber keinen Steine. Also an dem Stein hatten wir keinen Zettel, oder? Da war ein Zettel auf jeden Fall. An den Stein noch nicht. Doch. An den Gasttanks war der erste Zettel. Nein, im Haus. An den Gaststein noch nicht. Also wir wollen uns nicht... An den Gaststein. Wir wollen uns nicht streiten. Guck. Da war nämlich eine Page. War gar nicht, oder? Ja. Also wenn wir gleich... Oh. Kruselig. Okay. Warte, warte. Can't run. Stimmt, da war aber always see. Genau, da war eine andere Page. But no eyes. Always watch. Und ich nehme jetzt die Seite auf. Mach einfach und labern nicht zu viel. Jetzt geht's los. Und ich bin da wie so ein Vollidiot. Ähm. Ja, und ich hoffe mal, dass das jetzt passt. Vorhin, wie gesagt, war da was falsch. Mach nichts aus. Und... Ich höre, jetzt ist die Taskleisten in mir drin, aber... Juro. Jetzt wird schon... Und ich hab eigentlich keinen Bock, das nochmal ein drittes Mal aufzunehmen und dann sind die Gaststanks. Ihr müsst mich jetzt bitte mental unterstützen. What the fuck. Und wenn da ne Page drin ist, dann ist sie in der Mitte. Genau, renn mal mittig durch. Die kann aber überall kleben. Mach mal an. Die kann überall hin. Ne, ich denke, die klebt nur einmal. Sicher? Ich denke, die könnte überall kleben. Okay, reden wir über was anderes. Nein, du nicht. Und was anderes. Albert hat schon wieder verloren gestern mit... Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da war ne Page. Da war ne Page. Hose dir. Hose dir. Halt die Fresse. Jetzt hat jeder Panik. Oh Gott. Oh Gott. Liebe Freunde. Also Albert gestern verloren gegen Bayern, die Playoffs. Das musst du jetzt nicht mehr sagen. Mit 6 Punkten Rückstand. Was relativ bitter ist, weil sie haben 2 von 5 Spielen verloren. Und wenn sie noch eins verlieren, sind sie aus den Playoffs raus. Soviel erstmal dazu. Wir haben Ferien. Frei sozusagen. Vier Tage. Vier Tage. Und dann nächstes Wochenende ist Pfingsten. Jo, genau. Dann ist Herrentag zur Zeit, wo wir aufnehmen. Ne, irgendwie nicht mehr. Aber okay, Gordon. Ach stimmt, ist ja schon 0.58 Uhr. Wir haben es jetzt 0.56 Uhr. Ich korrigiere 0.57 Uhr. Ach stimmt. Es ist ziemlich warm gerade. Es ist der Morgen des Freitags. Nach dem Herrentag. Aber ich muss zugeben, wenn man selber spielt, ist es schlimmer. Ja, ich zittere. Liebe Freunde da draußen, ich rate euch davon ab, das zu tun, was ich gerade tue. Wie gesagt, wenn man selber spielt, ist es... Und vor allem alleine. Macht's nicht alleine, Alter. Nein, ich... Ich glaube, da braucht ihr abwachsenen Windeln. Wir könnten ja mal... Oh nein. Wir könnten ja mal... Wir könnten ja... Wir könnten ja mal ein Bild reinstellen, wie... Wie dunkel es hier gerade ist. Vielleicht noch. Keine Ahnung, im Endeffekt dann noch. Gordon, warum sind die Lautsprecher hinter uns? Ich mag es überhaupt nicht. Ja, schön, oder? Können Sie mal gucken, ob da irgendwas ist? Ja. Also, als ob der Slender schon wieder hier ist, Alter. Der war doch gerade eben noch hinter uns. Halt bitte den Mund. Aber, Alter, warum... Ich drehe mich nicht um. Vielleicht hinten am Haus. Lauf weiter. Dreh dich langsam. Das ist nix. Das ist nix. Vielleicht am Haus dran, von hinten. Von der Seite, von links, von rechts. Alter. Und irgendwo... Aber warum war der denn schon da, Alter? Wir haben gerade mal eine Page gehabt. Auf einen gar nicht im Land. Jetzt würde ich rennen. Ich erinnere mich gerade an das Spiel, an den Moment zurück, wo der auf einmal vorn stand. Und ich hab grad voll Panik, Alter. Ich hab jetzt mal schnell ein Foto von hinten und gucke, wie... Bist du das Wahnsinns? Steh nicht auf! Steh nicht auf! Wir wollen alle ruhig beim... Der Nebel macht aber auch noch mal ein bisschen schaurige Stimmung. Hat's grad geflimmert? Ja, ich bin... Renn weg! Es hat nicht geflimmert, es hat nicht geflimmert. Gut, worüber kann man denn noch so reden? Also, ich denke ja... Also, man hört ja, dass der Slenderman auf einer wahren Begebenheit beruht. Da links ist was. Ist das bloß... Oh nein, es flimmert. Oh nein, es flimmert. Also, ich denke ja persönlich, das ist nicht... Da hat sich nur mal einer nach einer Party im Anzug verirrt und... Er war so stockbetrunken, dass sein Gesicht komplett weiß war. Als ob du laberst wieder. Ja... Nein, ich laber... Oh, ein Zaun, Alter. Oh, ich labere mir nur ein bisschen alles von der Seele. Da war ein Zaun, Alter. Da war nix. Und ich bin so angesp... Mach kein... Oh nein, das ist das Ende. Das ist das Ende. Geh mal ins Quer rein, so schräg. Nein. Nach links gucken und dann jetzt so reingehen. Mal Taschen nehmen wir ganz gut an, bitte. Oh mein Gott, gerade das Foto hier von hinten. Wir sehen Bäume. Wir sehen Bäume. Viele, viele Bäume. Links sehen Sie Bäume, rechts sehen Sie Bäume. Und einen dicken, dicken Zaun. Liebe Grüße an alle, die das verstehen. Nein, das muss ich sagen. Dicke, dicke Wände. Ja, dicke, dicke Wände sind ja auch... Oh, das ist eine Page. Das ist eine Page. Das ist eine Page. Ich muss noch sagen, schöne Grüße an Kotze Peter, der trotz Kotzen nie weiß wird, denn er ist trainiert. Stolz kann er sein. Okay. Lassen wir eigentlich Schwarz und Pigment Spürung. Warum habe ich das dumm Gefühl, dass der gleich ein Down steht? Warum habe ich das dumm Gefühl, dass ich mir gleich einpinke? No, 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 no. Renn. No, 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 no. Oh, stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Halt den Mund. Jonas. Die Äste da oben sind aus wie der Eiffelturm. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Nein, nein, nein. Doch, sie sind aus wie ein Eiffelturm. Jonas, du bist doof. Stimmt, schön, und jetzt lauf. Und da auch, die da auch. Ja, schön, jetzt lauf. Okay, also wir sehen schöne Äste. Oh Gott, sag dir mal was, wenn... Oh Gott, nicht rumdrehen, bist du des Wahnsinns. Na, der flimmert vor uns. Oh Gott, dreht er dich um? Du meintest, drehe ich dich um. Los, rennen. Ja, Leute, drehe ich nicht um. So, da ist wieder ein schöner Baum. Aber wieso, wie kommt der vor uns? Der kann nicht teleportieren, denn er ist ein super Kotzinator, der... Ich wette, der hat ein kleines Fahrrad überall zu stehen, so ein Clubbike. Schön. Na, immer an den Stellen, wo man nicht hinkommt, so hinterm Zaun. Und ein Drahtschneider hat er bei. So einen, wie Jonas ihn gerade in der Hand hält. Das ist nur ein Messer, aber okay. Aber naja, es ist ein Multifunktionswerkzeug. Geh nach rechts, geh nach rechts, geh nach rechts. Das ist ein Leatherman. Was finde ich? Leatherman. Oh Gott! Oh Gott, die Musik! Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Weg, du Scheiße! Das ist physikalisch nicht möglich! Diese blöde Musik! Oh, nicht schwer! Ich weiß auch nicht. Warum ist der so ausgebufft und gewieft? Liebe Grüße an alle! Ich pisse mir ein. Nein, wir waren auf Klo. Nein, ich nicht, aber... Doch, ich schon! Warum... Ich möchte nicht mehr spielen. Können wir nicht auch einfach sterben? Viel Spaß! Soll ich weiter spielen? Wollen wir tauschen? Ja, tauschen wir. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Fliegen der Wechselmacht. Okay. Eine kleine Anmerkung. In der ersten Aufnahme hat Gordon gespielt. Escape to Resume. Ja. Wie funktioniert denn das? Na, WASD. Ganz normal. Oh Gott! Es flimmert! Lauf! Ich weiß nicht, wie es funktioniert, Alter! SHIFT ist Rennen. SHIFT ist Rennen. F ist Flaschen. Und Seite aufnehmen ist linke Maustaste. Okay, das ist es nicht. Das ist es. So. Und... Rechts von dir hast du Lust. Geh rechts von dir. Alter, ich will da nicht hin, Gordon. Da sind die Gas-Tanks. Jetzt müsst ihr ins Haus kommen. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, Alter. Da waren wir noch nicht drin. Du darfst, du darfst ins Haus gehen. Ich will da nicht rein, Alter. Alter, ihr habt recht, Alter. Ihr habt sowas von recht. Ich will, ich will das nicht spielen. Ich habe. Lauf einfach weiter. Wir haben diese Erfahrung alle durchgemacht. Wollen wir mal ein Stück weiter? Ich will die aber nicht durchmachen. Wir sind ruhig. Also, man sieht, dass es eigentlich recht sauber gefließt wurde. Die Fugen sind alle schön gesetzt. Ich geb dir gleich Fugen. Oh Gott, Alter, wenn ich mich jetzt umdrehe, ich stehe, Alter. Geh nach rechts. Geh ein bisschen schneller, vielleicht. Ach. Schneller. Wasch da mal durch. Jetzt wasch da durch, verdammt. Ich hänge an dieser blöden Nix. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Warum machst du das? Alter, Mann, ja, weil ich nicht mit wer als dir. Klar, ich bin kein Zocker so wie ihr am PC. Jonas, ich würde sagen, ein kleiner Hinweis. Dreh dich bitte nicht schruckartig um 360 Grad. Alter, Mann, ich will mich hier nirgends, aber auch drehe dich. Ich will das nicht mehr. Oh Gott, ihr habt zu Recht gehabt. Wenn man spielt, ist das ganz viel schlimmer. Weißt du, Jonas, du sagst immer zu mir, hey, hab die nicht so wie so eine Pussy? Alter, ja, ist ja gut, ich nehme alles zurück, was ich bisher gesagt habe. Alles ist schön. Rechts ist noch ein Raum. Oh Gott, ich will aber nicht, ich weiß, dass hier bei den Gasttanks was war. Du musst da rein. Jonas, da steht er. Ach du Scheiße, Mann, Alter, wenn der jetzt hier ist, Alter, ich krieg doch so Panik. Ich wette, das sind schöne. Genau, du musst sprinten ein bisschen mehr, weil sonst verfolgt er dich dauerhaft. Da sind die Gasttanks. Alter, ich will hier nicht hin. Mach mal höher. Die Gasttanks waren, glaube ich, woanders. Die waren hier an dem Haus. Ich glaube, wir kommen jetzt hier. Ja, da wahrscheinlich. Sicher? Also, ich höre die Musik immer im Nacken. Wir sitzen, da sind die Gasten. Doch, Scheiße. Leute, ich guck nicht hin, Alter. Ey, ich kann das nicht. Ernsthaft, ich kann das nicht. Da sind wir ihnen das erste Mal begegnet. Ich kann das nicht, Leute. Ernsthaft, Alter. Und man sagt ja, der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Deine Mutter kehrt immer an den Tatort zurück. Hoffentlich stimmt das jetzt nicht. Lauf. Rechts. Hier war doch eine Seite, das weiß ich doch noch. Da rechts war eine Seite, glaube ich. Wo jetzt rechts? Da war eine Seite. Dreh dich bitte nicht um 360 Grad, Jonas. Ich kriege Panik. Ey, ne, was mit mir gerade abgeht, Alter. Oh, ein Gastakt. Oh Gott, ich mach auch so... Ich komm mit der Steuerung nicht klar, Leute. Oh Gott. Einspielen, einspielen. What? Also, nochmal als kleine Anmerkung, wir machen das nur für euch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Drück drauf und drücke. Als Dank für die über 1000 Klicks. Leave me alone. Ich will doch, aber ich komme nicht weg. Wir wollen aber nicht, dass ihr uns allein lasst. Wir danken euch für eure ganze Unterstützung und so weiter, ne? Der war schlecht, ja. Aber ich kann jetzt nicht so viel nett reden. Ich möchte eigentlich nur schreien. Ich rush einfach nur in die Bäume hier rein. Scheiß mal drauf. Ich witte da... Scheiß auf Taschenlampe zählen. Warte, ich mach was richtig cooles, okay? Also, ich mach das richtig lustiges, okay? Nein, nein. What the fuck? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alles ist gut, ich wette gleich kommt der Zaun. Soll ich es nochmal machen? Nein. Soll ich mich nochmal umdrehen? Nein, Jonas. Lauf, lauf einfach weiter. Aber ich glaube, dass der Slender... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Der sieht ja aus wie deine Mutter! Ich warte es nicht nochmal! Ich warte es nicht nochmal! Oh Scheiß auf! Ich warte es nicht nochmal! Oh Gott! Also wir sehen, dass das jetzt... Dass es jetzt vorbei ist! Und wir danken euch für... Ich spiel nie wieder! Das angucken dieses Videos! Ich spiel nie wieder! Wenn wir nochmal aufnehmen müssen, ich spiel das nicht nochmal! Scrollt aus den Kommentaren nach oben und... Oh Gott! Oh Gott! Mein Herzschlag! Vielleicht kommt noch ein anderes Horrorspiel. Wir werden sehen, wie Jonas sich wieder einkriegt. Gut! Dann vielleicht noch Treppensimulator mal gucken! Dann vielen Dank und einen schönen Abend noch! Holy shit, Alter! Oh Leute, mach das nicht ernsthaft! Tut mich das nicht alleine an! Tut mich das nicht alleine an! Klick to continue! Und jetzt... Slender... The Eight Pages! Nee, niemals, niemals!